Wir werden erstmal hier noch ein bisschen rumsuchen, um rumlatschen. Hier ist noch was, was haben wir da? Bilder, mhm. Tja, die werden wohl alle nicht mehr existent sein, vermute ich jetzt mal. Grußkarten, na, ich glaub die brauchen wir im... So, Batterie, ah. Kofferte sind auch gleich zwei Stück. Wahrscheinlich ist er bloß eh ne. So, Zeitungsausschnitte. Okay, nicht interessant. Und noch mehr Fotos. So. Ja, fragen wir mal nach, was mit ihm ist, war. Ob alle check. Ja, na ja. War ja jetzt eigentlich klar, ne. Das war so ein bisschen zu denen halten. Die haben uns ja letztendlich auch aufgenommen und geholfen und mitgenommen und so. Also von daher können wir uns da eigentlich auch mit denen so ein bisschen gut stellen. So, da fragen wir mal alles ab hier. Wie geht's Duck? Wie geht's Duck? Er ist okay. Es war nur ein Schock. Wir sind glücklich als hell, niemand wurde nabbeden auf dem Weg in hier. No kidding. Wie geht's sie? Sie ist gut, ich denke. Sie ist ein schwerer, da. Sie ist nur eine kleine Mädchen, Ken. Was sagst du, Lee? Sie hat einige Tage zu leben? Das stimmt. Nicht nur eine kleine Mädchen kann das tun. Was ist der Plan? Sie halten, ich glaube. Sieht ziemlich gefährlich da draußen. So, wir sollten uns warten, um die Dinge zu öffnen. Sie sagten, dass Ihre Familie von hier in Macon ist? Das stimmt. Wo sind sie? Wir müssen sie suchen? Was sind sie für sie? Hm. Das stimmt. Back in Herschel's farm. Ja. Wir haben sogar nicht versucht, ihn zu retten. Das Blut ist auf unsere Hand, du weißt? Es passiert ziemlich schnell. Ich glaube. Aber ich kann ihn nicht mehr sehen, in meinem Kopf. Wir können uns nicht töten, okay? Wir töten, das Junge. Wir können ihn zusammenhören. Wir machen, was wir können. Schade passiert. Wir haben keine Wahl gemacht. Wir haben keine Wahl gemacht. Du denkst, wenn du es zurückkriegst. Aber in einem Moment. Wenn Dinge wirklich aus Kontrolle sind. Du hast keine Wahl. Ich glaube. Tja. Da. Ihr habt ja nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Also zwei Möglichkeiten, um zu handeln. Und ja. Genau. Ich denke, wir haben uns da richtig... Wir haben uns da auch richtig entschieden. Äh. Lege ich jetzt einfach mal fest. So. Energieriegel. Ja. Könnt ihr die Kleine, glaube ich, gut gebrauchen. So. Öffne ein Büro. Nee. Erstmal quatschen wir noch mit denen da. Ja. 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 Tja. Ich guck doch nicht so. Na ja. Du guck doch nicht so grimmig. Was ist falsch mit ihm? Er hat eine Herzkondition. Er nimmt Nitroglycerin-Tabletten ziemlich regelmäßig. Ich habe ein paar schlechte Attacken, die er nicht mehr konnte und er musste auf das Hospital gehen. Ja, das ist nicht wirklich eine Option. Das geht noch, wa? Kollege. Jetzt ist dir doch nicht so schlecht. Wo ist ihre Mutter? Savannah, ich denke. Oh, ihr seid nicht zusammen. Oh, nein, ich bin ihr Vater. Ich habe sie in einer Haus, wenn sie aus der Atlantien kam. Sie hat sich selbst überleben. Ich denke, die Frau nicht so gut. Oh. Ich habe eine Antwort auf die Antwort. Sie waren in Savannah. Sie war mit der Sitter. Es war nicht gut. Sehr aufdringlich als Zombie, der Babysitter, ja. Du bist hier? Ich arbeite bei Warner Robins, der Air Force Base. Ja, ich weiß es. Pilot? Nah, ich mache mich. Mechanical, admin stuff. Ich arbeite mit ein paar Shitheads und Bureaucrats all day. Sometimes a plane, wenn ich lucky bin. Du? Ich arbeite bei UTA. Was jemand hier, wenn ihr hier seid? Nein, das Ort war ziemlich wrecked. Wir haben ein paar Bösen aus der Arbeit. Na, den sie da wohl rausgezogen haben. Wir wissen, was jemand hier? Ja. Die Bösen, die waren... Wir waren nahe. Ich bin sorry. Wir finden ein Bösen in der Arbeit. Dad holt sie raus, in case sie nicht wirklich dead. What do you think about all this? What is there to think? The dead are up, walking around, eating people and turning them into more... More of them. I mean, Jesus. We need to stick together and get through this. I'm gonna get back to him. Sounds good. Naja. So, mal gucken, ob er dem... Vielleicht doch den Riegel... Nicht so viel, aber hier. Are you sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. That's, uh... Really sweet. Don't mention it. Da kann die Zombie-Apokalypse hier sein, wahr? Das klappt immer. So. Was haben wir denn hier? Siehst du, liegt doch noch einer rum. Trotzdem, ja nicht schön. So, werden wir uns mal um das kleine Mädel hier kümmern, wa? Was haben wir denn hier? Untersuch'n Geldautomat. Wann da noch Geld bekommen wurde? So, hier liegt noch einer rum. So. Clementine. Hier, hau erst mal rin. Ja, hab mich um Clementine gekümmert. Hey there. Hi. Any word from Glenn? Nothing. Is he okay? Yeah, I think so. You're doing a good job. Can I, uh, get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. Still, huh? Yeah, it wasn't much. I know, Glenn. I'll see if I can find something else for you. So, uh... Are you okay? What? Uh, yeah. Yeah, I'm fine. I just, uh... I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is good. Despite the circumstances. Yep. What's the time? Okay. Na gut. Ja, kann sie doch einen haben hier, wa? Nee. So, na gut. Dann gucken wir mal weiter. Da war das Klo und hier war ja der Ausgang... Beziehungsweise Büro. Irgendwie war da eine Tür, ne? Ja, wat wat is? Wat is? Simulier da nicht so viel rum. Alive inside. Mhm. 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 Besser nicht. Besser, du stellst dir das nicht vor. Ja, pack ein die Kiste. Können wir gut hier brauchen. Dein Verband müsstest du doch übrigens auch mal neu machen. Äh. Aha. Pff. Der so halt festliegt. Betrachten, Ellie. Achso. So, wat is dahinter? Knüppel. Mhm. Ein Stock. Das war mein Vater, der Kain. Er zippte hier von Zeit nach Zeit. War er krank? Nein, er war okay. Ich sah ihn eigentlich als Shoplifters mit ihm. Und das Kain hat dieses Ort bestätigt, als jeder Gartenkugel ever konnte. Plus, er wusste, wie er es kräftig aussehen kann. Wie du mit deinem Haat. Mein Vater hat es mir gegeben. Siehst du, Vater ist so smart wie das. Ja. Und, warum hat er den Stock jetzt nicht eingepackt? Wett, wett, wett. Wett, wett, wett. Wett, wett, wett. Wett, wett. Better get this door clear, huh? Can I help? Sure. Here we go. Watch your fingers in the drawers. How are you doing? Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Okay. Here we go. Do you have kids? No. You don't have a family? Let's not talk about that. Do you play sports? I play soccer, but I don't really like it. I'm not crazy about it either. All right, a little further. Why don't you want to talk about your family? Do they like hate you? Puh, yeah. Puh, yeah. Ich hoffe nicht. Es ist schon kompliziert genug, würde ich sagen. Weil sie tot sind. Naja, das wissen wir ja noch nicht so genau. Also, die Eltern wahrscheinlich schon, aber... Ich hoffe nicht. Es ist nur kompliziert, das ist alles. Warum? Es ist nur so. Aber du liebst sie, oder? Ja, natürlich. Schau, meine Familie ist weg und ich wünschte, dass Dinge anders sein würden. Ich kam in Schwierigkeiten, aber das bleibt unter uns. Ich bin kein gemeiner Typ, ich habe jemanden getötet, naja. Ich kam in ein paar Probleme und ich habe nicht mit ihnen vor ein paar Zeit gesprochen. Das war damals ihre Verkauf. Aber lass uns das nur zwischen dir und ich, okay? Okay, wegen der Probleme? Ja, das ist richtig. Jetzt, lass uns das machen. So, naja, haben wir doch alles hier am Start. Gibt's denn hier unten, Engel, noch ein Foto? Ach komm, wir werden uns mal die Kleine verarzen. Das ist mal wichtiger. So. Zack. Na, verbinden, wa? Irgendwie Pflaster drauf. Lee? Ja? Was, wenn meine Eltern sind nach Hause und ich nicht da? Äh, ja, auf jeden Fall die erste Antwort, wa? Weil wir können der Kleine jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass die wahrscheinlich nicht nach Hause kommen. Also von daher... Ja, ist ja gut, Kleine. They'll, äh, track us down. Don't worry. Ja, okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie, in case they try that way. Genau. Stay close to me until then, okay? Kriegen wir schon hin. Denk ich. There's a photo over there. There's a photo over there. Ja, das ist wahrscheinlich das Einzige, was eben noch bleibt. Okay. Tja. Aha. Find anything? No, pff, nix eigentlich. Alles schick. Just a picture of whoever was here. I know who you are. Aha. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who is sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? Nee. Would you say to him? Bye.